Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Sensorreinigung bei der Kamera und worauf du achten solltest. Viel Spaß! Als Hochzeits- und Landschaftsfotograf bin ich sehr viel unterwegs und meine Kamera ist dementsprechend auf verschiedenen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Dementsprechend oft muss ich auch meinen Kamerasensor reinigen, um zu garantieren, dass auch meine Fotos wirklich super werden und auch keine Körner- oder Staubeinflüsse auf dem Sensor für schlechtere Bildergebnisse sorgen. Wie kannst du herausfinden, ob dein Sensor schmutzig ist? Ganz einfach, an einem bewölkten Tag solltest du ein Foto vom Himmel machen. Du stellst die kleinste Blendenzahl ein, das heißt 16 oder 22, 32, je nachdem was dein Objektiv hergibt und dann wirst du im Foto später sehen, wo sich kleine Punkte befinden im Himmel und dann weißt du, wenn mehr davon da sind, ist dein Sensor sehr verschmutzt, sind kaum welche da, dann wird es wahrscheinlich noch gehen. Zur Reinigung solltest du wissen, wenn du eine Spiegelreflexkamera hast, meistens ist bei Canon und Nikon dementsprechend ein Punkt auch im Menü vorhanden, das heißt dann meistens Reinigung oder Cleaning Mode und dann klappt der Spiegel hoch, der sich vor deinem Sensor befindet und erst dann kommst du in deinen Sensor und kannst sie dementsprechend reinigen. Bei spiegellosen Kameras gibt es auch verschiedene Verfahren, die Sony A7R, die ich hier habe, die hat zum Beispiel den Modus Cleaning und dort gibt es dann die Möglichkeit, dass der Sensor vibriert und das Gröbere an Staub und Schmutz abwirft. Ich benutze immer einen Blasebalk, ich benutze zwei sogar davon, den für zu Hause benutze ich nur zur Reinigung der Kamera, den in der Fototasche benutze ich für unterwegs, mal schnell fürs Objektiv oder mal fix in die Kamera reinpusten. Zur Reinigung des Sensors gibt es auch verschiedene Modelle, die man sich anschauen kann. Man könnte sich eine Lösung kaufen, die meistens sehr giftig ist, wo man dann so einen Spatel beträufeln kann, um den Sensor zu reinigen. Man kann die Kamera auch einschicken, bei einem professionellen Reinigungsservice reinigen lassen oder man kauft, so wie ich, vorgetränkte Spatel, das heißt dieser hier ist vorgetränkt mit einer Lösung der ist verschweißt, ich kann mir den Sensor damit befeuchten und mit diesem Spatel trocken wischen und dann ist auch das Ganze schon vorbei. Du solltest die Sensorreinigung in einem möglichst staubreduzierten Raum durchführen. Wenn du dafür sorgen möchtest, dass sich sehr wenig Staub in der Umgebung befindet, wo du deinen Sensor reinigst, dann empfehle ich dir, das Ganze vielleicht im Bad durchzuführen. Wenn du in deinem Bad vorher mit heißem Wasser Wasserdampf im Raum hast, dann regnet quasi der Staub ab und du hast weniger Staub in der Luft. Muss man aber auch nicht. Ich habe es nicht gemacht, ich mache das meist in meiner Küche und es geht genauso gut. Schritt Nummer 1 wäre, sich die Kamera so vorzunehmen, auf den Kopf zu drehen und das Objektiv abzumachen. Dann kannst du mit einem Blasebalk schon mal in den Body reinpusten und das gröbere an Staub und Schmutz entfernen. Wenn also deine Sensorreinigung, die intern vorhanden ist, nicht mehr reicht, dann wäre das der erste Schritt, den man manuell durchführen könnte. Der nächste Schritt, den man dann gehen könnte, wenn es nicht gereicht hat, wäre mit einem Swap. Ich lege mir also die Kamera vor mich hin und gehe mit diesem vorgetränkten Swap über den Sensor vorsichtig und nutze dann den anderen, der angepasst ist, auf Vollformat zur Reinigung beziehungsweise zur Abtrocknung des Sensors. Mit dem zweiten Spatel werde ich also dann die Trocknung des Sensors durchführen und dementsprechend dafür sorgen, dass ich erstens nicht mehrmals über die gleiche Stelle wische und zum anderen auch auf eine sorgfältige Arbeit achte. Sei bitte vorsichtig, wenn du an einem Sensor hier arbeitest. Du kannst hier auch sehr schnell Schäden verursachen, Feuchtigkeit und Elektronik, da war was, also sei da bitte sehr, sehr vorsichtig. Ja, und das war es auch schon. Wenn du fertig bist, solltest du dein Objektiv wieder an die Kamera anschließen und gleich wieder ein Foto vom Himmel machen. Das heißt, versuche es wirklich an dem Tag auch gleich wieder zu fotografieren, denn nur dann siehst du, ob deine Reinigungsmethode erfolgreich war oder ob du gegebenenfalls nochmal den Sensor reinigen musst. Der Vorteil bei einer spiegellosen Kamera ist natürlich, dass du, sobald du das Objektiv abgemacht hast, sofort an den Sensor herankommst, außer bei der Canon EOS R. Da ist meistens nochmal ein Vorhang davor, den müsste man dementsprechend auch deaktivieren. Bei den spiegellosen Kameras hast du nun halt den Nachteil, dass du aufgrund des fehlenden Spiegels keine Barriere hast, um Staub abzufangen. Bei den Spiegelreflexkameras hat man eben diesen Spiegel vorm Sensor und das schützt halt so ein Stück weit, um Staub oder Schmutz abzufangen. Was kannst du tun, um deinen Sensor vor Staub und Schmutz zu schützen? Also man könnte auf jeden Fall die Objektive weniger tauschen. Das heißt, wenn du ein Objektiv hast, wo du sagst, das ist mein Immer drauf, dann wirst du auch wahrscheinlich viel weniger Probleme mit Sensorverschmutzung haben. Wenn du jetzt jemand bist, der seine Objektive sehr oft wechselt und sehr oft tauschen muss vielleicht, dann wirst du wahrscheinlich mit dem Problem häufiger zu tun haben. Ein weiteres Problem sind Zoom-Objektive. Dadurch, dass die Zoom-Objektive meist einen sehr langen Weg innerhalb des Objektives zurücklegen müssen, um dir dementsprechend Zoom-Bereich anzeigen zu können, pumpen sie quasi Luft in das Kameragehäuse und ziehen also auch hier Staub, der im Objektiv oder im Gehäuse der Kamera ist, magisch an und schieben ihn dann praktisch zum Kamerainneren, zum Sensor. Ja, also wenn du ein Zoom-Objektiv hast, schau mal, ob es dafür prädestiniert ist. Was du dann machen kannst, kann ich dir nicht sagen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, benutze das Objektiv nicht mehr. Ja, wenn man das weiß, glaube ich, kann man sich auch darauf einstellen und dann sollte das auch funktionieren. Alle Angaben sind ohne Gewehr. Das heißt, wenn du deinen Sensor nach meinem Tutorial reinigst, übernehme ich keine Haftung für eventuelle Schäden. Ich hoffe, mein kleiner Tipp zu diesem Thema hat dir geholfen. Wenn ja, dann lass mir doch einen Daumen hier, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du auch die nächsten Videos nicht. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.